Ich sage Ihnen was, Sie fragen mich, ob ich ein Moped habe und ich sage, was ist, wenn ich hier einen Fischteich hätte und ich sage, dieser Butterfisch schaut nicht tugendhaft aus, er schaut feig aus, steht mutig, oder dieser schaut nicht schmackhaft aus, ich habe keinen Appetit, oder der andere Butterfisch ist mir zu blau, der andere zu dünn, der andere zu dick, und Sie haben gegen jeden Butterfisch was auszusetzen. Und dann spreche ich, oh du Butterfisch, das kann ich auch machen, kann ich sagen, ich lege dir durch Suggestivtechnik alles Lasterhaftigkeiten in den Maul und die Tugendhaftigkeiten streite ich ab. Ich sage, du bist keine tapfere Elefantenmutterkuh mit so schönen Küchenkindern, sondern ich sage, du siehst etwas ungeschminkt aus, du bist zu grau, kann ich auch sagen, ich kenne deine Mutterrolle nicht an, obwohl du eine brave Elefantenkuh bist, sage ich, du bist nur grau, du bist nicht so wie eine Gazelle, so springfreudig und elan und vital, du trappelst nur über eine Elefantenmutter, verstehst, kann ich auch sagen. Alles böse über dich, und ein guter Mensch erkennt aber die guten Seiten auch an, der lobt manchmal den Menschen, gell? Sie haben mir einen Schlüssel steckt. Danke, sie sind nett, danke. Und so sei Dank, die Dame hat mich erinnert, ich brauche mir nicht Schlüssel. Tschökk!